Aber wie oft hast du schon die Chance, ein viel zu großes Weihnachtsmannkostüm zu tragen? Sind das hier... Ja, die Beschwerden über Matthias Reitling sind heute Morgen reingekommen. Die detaillierten Ausführungen, die wir gebeten haben? Sind die Hinweise zu seinen Übergreifigkeiten diesmal ausreichend? Bin ich nicht sicher. Wie lange arbeitet er eigentlich schon hier? Beginn des Vertrags am 1. August 2021 wurde letztes Jahr jemand herrenversetzt. Und die Vorwürfe gegen ihn häufen sich erst jetzt? Es gab ein Gerücht ca. sechs Monate nach seiner Einstellung. Hat damals niemand interessiert. Hast du alle um ihre Stellungnahme gebeten? Ich brauche erstmal einen Kaffee. Ich heiß Leon. Wie, äh, Leon der Profi. Ich weiß. Ich meinte doch nur wegen Titanic. Ah. Äh, sag mal, du magst Filme, oder? Ja, sicher. Ich mag aber auch ganz andere Sachen. Ähm, äh, äh, I'll be back. Oh, das ist, äh, das ist blaues Licht. Mhm. Okay. Was macht er es? Es leuchtet blau. Da müssen wir aber noch ein bisschen üben, Rambo. Damit das so reibungslos läuft. Apropos reibungslos. Louis. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Leon, nicht Louis. Ich weiß doch. Aber die ist doch aus. Kassablanca. Es tut mir leid. Aber falls es sie tröstet, das hier ist nicht das Ende. Und jetzt? Sie müssen einfach nur in das Licht gehen. Geradeaus. Können Sie nicht verfehlen. Was würdest du arbeiten, wenn du nicht müsstest? Ich schmeiß dich hier in die Welt. Ich schmeiß dich hier in die Welt.